So, meine Damen und Herren, dann machen wir auch wieder weiter, was das tut, was auf Gruppe 2 sind wir wieder in unserer vierten Season GT, Gruppe 2, der Euro GT, mit insgesamt drei Strecken, Rennen, dann haben wir schlicht wieder unser Grid-Auto, drei Runden, in der Barcelona mit der Gatze, so John Patrick Fleur von Alpen ist auf Platz 4, denn mache ich kein Hotluck Qualifying. Okay, angreifen, ich versuch's weiterzugeben. Okay, das wird angegriffen. Ey, wieso werd ich jetzt von allen ange- Gämmelt, Alter, ey. Das ist so räudig. Das ist so räudig. Okay, das ist so räudig. Verstanden, angreifen. Ich gebe es weiter. Okay, angreifen bestätigt. Das war eine blöde Stelle zum Angreifen. Ja, Flirr von alten Wild vorbei. Zweite Runde und du hast zwei Autos vor dir. Na, sollte ich meinem Teamkollegen mal helfen? Ich glaube schon. Oder schafft er es jetzt, vorbeizufahren? Und wenn denn... so. Also ich weiß jetzt schon, dass ich mehr Kostenausgabe haben werde als Bonus bekommen werde. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh, schon mal 64.000. Und das sind gute Geldmachung, Einkommen. Level Up mittlerweile schon auf 74. Okay, müssen wir dann auch nochmal Hot-Quali machen. Das war eindeutig ein Spannung. Okay, das Auto hätte man vorher nicht waschen können. 56.8 ist die Pulslage, okay. So. 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 6 sekunden schneller 50 484 kollege 9 sogar 6,4 sekunden schneller Nach dem letzten eventlichen überlegen. Ich habe Anweisungen gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Ok, angreifen bestätigt. Guter Start. Bleib an der Spitze. Kapitel 1.0-5kmh. An последnester Bremsk kit der K wordt gespringt. In der Werbungarpnebremsk. Abonniert der Kniemrs 2.0-3kmh. Der Kniemrs 1.5kmh. Bleib in Führung. Letzte Runde. 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 Letzte Runde.